Hier steht der Chris Hungl, Spieler vom Gegner heute, 1 zu 0. Eine Halbzeit war er in der Überzahl durch die rote Karte. War ein schweres Kampfspiel und hat dann am Ende doch nicht ganz gereicht. Was meinst du, was war der Grund dafür? Ja, ich muss sagen, in der ersten Halbzeit, wie sie schon gesagt haben, bis zur roten Karte bin ich gut mitgespielt. Und dann nach der roten Karte, wie es schon immer bei uns ist, weiß auch immer warum. Und dann in der zweiten Halbzeit, da hat er das Glück geführt. In der letzten Aktion auch immer. Ja, was zum Schiedsrichter vielleicht noch, Schiedsrichterin? Ich glaube, beide Mannschaften waren nicht ganz so zufrieden. Das würde ich mich jetzt nicht äußern, weil sonst... Kommt was Falsches dabei raus, oder? Okay, alles klar, vielen Dank, viel Glück beim nächsten Spiel.